Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Shreworker in der Drachenöde. Kaltes, kaltes Nordend. Voll geil, EAL, habe ich nicht gerade dabei schon fast die Badehose wieder rauszuholen. Wir wollen erstmal neue Quests annehmen von unserem guten Zirner, der sicherlich tolle Sachen hat. Die Verleumdung, es ist Zeit, dass wir die Streitkräfte des schalerroten Ansturms vollkommen demoralisieren. Ich möchte, dass ihr diesen Stab nehmt und mit ihm vier ihrer Anführer bezaubert. Kommandant Jordan im oberen Stockwerk der Kaserne, Kanonenführer Zierhut auf der südöstlichen Rampe am Strand, Schmied Gutmann in der Schmiede und Stallmeister Mörser bei den Stellen. Beherrscht sie mit Hilfe des Stabes, lasst sie den schalerroten Ansturm verleumden und tötet sie anschließend. Ja, wenn wir die Anführer jetzt natürlich vor Schmerzen schreien lassen und die dann sowas sagen wie Der Ansturm ist eigentlich voll Kacke, die töten Welpen, ja, dann gibt's da natürlich Riech auf den Sack von den Untergebenen. Großartige Sache. Freunde, bevor wir loswilligen, muss ich kurz ne Minute opfern und zwar folgendes. Es ist dem ein oder anderen aufgefallen, in manchen Aufnahmen und in manchen Streams und Co. ist meine Maus einfach verschoben. Sprich, wenn ich jetzt hier mit dieser Wache reden würde und die, ich sag mal, in Echtzeit anklicke, dann ist mein Mauszeiger bei euch hier oben angezeigt und so weiter. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt und ich habe heute auch ewig lange Foren und Co. durchgesucht, um rauszufinden, was man da machen kann. Und es gibt da verschiedene Skalierungsoptionen, die sich auch von Programm, von Programm, die da so, ne, unterscheiden. Von Programm, von Programm, genau. Also zwischen den Programmen immer wieder ein bisschen unterscheiden. Ich habe Angst, dass wir eine Quest vergessen haben, aber es sieht nicht so aus. Es ist nur der Briefkasten, jawollo. So, und irgendwie habe ich es jetzt gelöst, indem ich nochmal alle Einstellungen resettet habe, nochmal genauso eingestellt habe, wie ich es immer hatte. Dann ging es auf einmal richtig, ja. Und also, frag mich nicht, du hast ja Optionen, welches Fenster du aufnimmst oder ob du ein Spiel aufnimmst. Dann, welches Spiel, welches Fenster, in welcher Form, in welcher Farbe, mit welcher Skalierung, Auflösung, DPI, CPI, keine Ahnung, 10.000 Sachen. So, und da bastelt es dann rum. Dann geht gar nichts mehr. Dann gehst du zurück zu den Ursprungseinstellungen vom Anfang. Und auf einmal ist es richtig. So, also ich habe original nichts verändert. Ich habe nur nochmal alles quasi neu eingestellt. Insofern, frag mich nicht, was da los ist. Ich versuche zu basteln, ich versuche dran zu denken, aber es ist einfach ein Softwareproblem. Und das ist mit, ja, anderen Worten eigentlich meine Strafe. Letztendlich dafür, dass ich es letztens gelobt habe und mich freute, dass es sich irgendwie alles wieder einjustiert hat, ja. Von ganz alleine, dass jetzt hier auch die Aufnahmezeit und so weiter angezeigt wird. Ja, und das habe ich jetzt davon, ne. Das, liebe Leute, habe ich jetzt davon. Wäre ja auch zu einfach und zu schön gewesen. Das sind die Technik. Bastelt es ewig rum, nichts geht. Dann gehst du zurück zu deinen Grundeinstellungen und auf einmal funktioniert es. Einfach so, weil sich irgendein Furz verquer gesessen hat und der dann, zack, rausgelassen wurde aus dem Datenarsch. Oder so, alles nur komisch, wirklich. So, ähm, hauen wir das von Anfang an drauf. Ja, wir fokussieren unseren Willen. Zack, und schon ist es unser lieber Kollege hier. Mussten wir noch extra Waffen anlegen oder so? Ich denke nicht, oder? Vor seinem Tod, ja, wird er hier ordentlich rumdenunzieren. Das finde ich sehr, sehr gut. Den haben wir ja schon mal gerichtet, wenn ich mich nicht irre. Mal gucken. So, ihr hört euch. Alles, was der Ansturm kann, ist Lügen. Die Geister und die Verlassenen sind nicht unsere Feinde. Wacht auf. Das ist aber eine interessante Ansage, ne? Ja, auf die Fresse, Lügenpresse und so weiter. Der Lügenansturm, na, das ist mal, oder? Eine Institution, liebe Leute. Großartige Sache. Jetzt müssen wir in die Festung. Ah ja, ganz oben, den haben wir uns ja schon angesehen, als sie auf der Suche war, letztes Mal. In einer schönen möglichen Tour in den oberen Etagen. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Gucken wir uns das einfach nochmal an. Ja, Freunde, aber wie gesagt, mit der Software. Ja, da habe ich ja ganz am Anfang angekündigt, als der neue Rechner da war, von wegen, ich bin sehr gespannt, was alles wieder schief geht, was alles neu eingestellt werden muss und so weiter. Und ja, jetzt haben wir so langsam die ersten Antworten. Ja, jetzt haben wir langsam aber sicher die ersten Ansagen von den Programmen selbst. Wie mache ich den denn? Ich glaube, das stunne ich dich, dann raube ich dich aus, dann raube ich dich auch noch aus, du Radde. Und dann wird jetzt hier heftig engaged mit dem Stunnen. Dann können wir nämlich in aller Ruhe unseren Willen von hinten schön in das Hörnstübchen löten. Oh, mit Flügelchen hier, Mr. PVP-Adien, das gibt es ja gar nicht. Gucken wir mal, gibt es nochmal vergiften. Batz, Hochgeneralin Abendis hat mir persönlich gesagt, dass es ein Fehler war, in den Norden zu kommen und dass wir zum Untergang verurteilt sind. Ich bitte euch alle, eure Waffen niederzulegen und zu gehen, bevor es zu spät ist. Ja, und das sind also, das finde ich gerade so krass, was wir hier tun. Also, wenn wir uns die Kollegen hier angucken, dann hat das jetzt nicht so die gewünschte Wirkung. Hä? Kommandant? Er dreht sich erstmal um, denkt sich auch so, Junge, was ist da denn los? Und trotzdem ist es natürlich mega krass, stellt euch vor, ihr glaubt so an eine Sache, ja. Ihr glaubt auch an die Leute, die das für euch quasi repräsentieren und so weiter. Und dann schreien die auf einmal, dass das alles gelogen ist und dass ihr bitte das jetzt so und so sehen sollt. Und dass sie euch nur verarscht haben. Also, wenn das keine Wirkung hat, dann weiß ich auch nicht. Allerdings könnte es natürlich auch die Wirkung haben, dass dann gleich besagte Obergenerele dieser lustigen Veranstaltungen hier auftauchen und sagen, Freunde, jetzt gibt es richtig auf die Fresse. Das ist ja auch immer ein zweischneidiges Schwert. Entweder die geben wirklich auf, geben sich geschlagen oder ihre Ideologie ist so verseuchend und so weit in die Hörne getragen und getreten worden, ja, dass dann der Auftritt eines weiteren hohen Offiziers oder von wem auch immer dafür sorgt, dass unsere Bemühungen quasi im Sande verlaufen. Aber das sehe ich noch nicht kommen. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Wir bezaubern erstmal den nächsten hier. Unseren Kanonierführer Zierhut. Ist das nicht toll? Wenn du Zierhut heißt, Freunde, dann hast du im Leben schon mal viel gewonnen, oder? Besser als Arschhut. Herr Arschhut, ja, der hat es bestimmt ein Fall in seiner Kindheit. Schwört dem Scharlachoten Ansturm ab. Hört nicht länger auf die Lügen des Hochgenerals und des Großadmirals. Aber schöne Ränge haben sie ja, oder? Hochgeneral, Hochadmiral, Hochbett und so weiter. Das sind ja Sachen, Freunde, Großad. Ich hatte früher auch ein Hochbett. Ja, ein schönes Hochbett. Und unten drunter stand der erste Rechner, den wir so hatten, ja, den mein Vater damals besorgt hat, noch mit dem guten alten Lemminge-Spiel. Ja, Großadir mit den grünen Haaren, den blauen Roben. Vielleicht kennt es noch der ein oder andere. Dahinter ein riesiges Wandbild von der Sesamstraße und das war so der Lifestyle, oder? Als Kind schon richtig zocken, ja, gerade so lesen und schreiben können. Schön neben Ernie und Bert erstmal zwei Paar Lemminge die Klippe runterstoßen. So, das ist der Lifestyle, Freunde. Das ist der Lifestyle. Den Stallmeister brauchen wir. Er ist ja im Stall selber. Ah, nee, da rechts steht er. Guck mal. Der Mr. Mercer. Das gibt es ja gar nicht. Hier sind so viele Patrouillen, ne? Ich habe es ja letztes Mal schon angesprochen. Wie räudig das früher wirklich war. Da konntest du ja nicht mal fliegen. Oder hattest du hier die ganzen Mobs am Arsch. Da war ich zum Glück noch Hunter. Ja, konnte so ein, zwei Sachen. Der bestimmt hat sogar Pferdchen, das ist ja niedlich. Ein, zwei Sachen mit Totstellen und so weiter umgehen. Aber mein lieber Herr Scharlach-Rother-Verein. Das war Kacke. Abendis ist auch nur eine Dörne des Großadmiral. Was? Nein, wait, wait, wait. Das müssen wir nochmal ganz in Ruhe hier. Das war ja jetzt sowas von unerwartet. Abendis ist auch nur eine Dörne. Und Großadmiral Westwind verschachert sich spottbillig. Genauso wie er uns verkauft hat. Da hat er gerade seine Anführerinnen einfach als miese Nutte bezeichnet. Das ist ja großartig, hör mal. Also das war jetzt unerwartet. Alle so, dass wir lügen, legt die Waffen nieder und die Geiste sind eure Freunde. Hashtag knutschen in Google oder so. Und der hier jetzt, ja, alle sind Nutten, Alter. Frauen sind lächerlich, Omega-Lul. Was soll das denn? Also, ja, du. Also, jedem sein Maß an Eskalation. Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass solche Folterstäbe und solche Wahrheiten dann natürlich auch einfach nur irgendwann was ans Tageslicht bringen können. Wir wissen, man kann auch Leute so lange foltern, bis sie irgendwas zugeben, was sie gar nicht getan haben. Aber ich glaube, wir haben ja auch so ein paar stille Gedanken und so eine gewisse stille Wut ans Tageslicht gebracht bei einigen. Das ist ja auch immer ganz, ganz interessant zu sehen. So, weil, warum sollte der Stab so verzaubert sein, dass die Typen dann ihre Anführerinnen als Nutten beschimpfen? Also, auch interessant. Ja, sicherlich auch. Seine ganz eigene Wirkung, seinen ganz eigenen Charme. Aber dann endet man halt relativ schnell, auch wenn man nicht von uns gemessert wird, als so eine Schädellampe. Da sollte man immer aufpassen. Die Verleumdung. Ihr meint, ein flüchtiges Lächeln über Zörners Gesicht huschen zu sehen. Ihr seid nun offiziell meine Lieblingsschurke. Ja, falls ihr Lust dazu habt, dann solltet ihr es vielleicht in Erwägung ziehen, ein Offizier der Hand der Rache zu werden. Ihr würdet als Todeswache anfangen und ich meine, dass ihr nach ein paar Jahrzehnten das Zeug zum Junior-Exekutor hättet. Nein? Nun ja, übereilen wollen wir es ja nicht. Lasst euch Zeit und denkt einmal darüber nach. Das letzte Mal, Freunde, als wir so ein Rangsystem mitgemacht haben, hat das nicht so gut geendet. Ich erinnere an den Anfang des Let's Plays im Steinkrallengebirge. Deswegen lassen wir das mal lieber. Dankeschön. Ja, cool, läuft bei uns. Ich habe übrigens vergessen, es ist ja noch mega spooky. Vermutlich nicht mehr, wenn der Part oben ist, aber da, wo ich ihn aufnehme, aufnehme schon. Deswegen der kopflose Reiter-Boys, die Bonus-EP, die nehmen wir natürlich wieder mit. Und jetzt geht es nach oben. Wir sollten ja die Bomben beschaffen und mit dem Seuchenkatapult sollten wir auch testen. Wir fliegen jetzt erstmal die Bomben beschaffen. Aus zwei Gründen. Zum einen weiß ich nicht, ob wir aus dem Katapult dann einfach vorne aussteigen können. Zum anderen, wenn der Invite kommt, und der wird exakt dann kommen, wenn wir mit dem Katapult angekommen sind, dann können wir wieder nicht reingeportet werden, weil wir noch im Fahrzeug sitzen. Aktive Quest, jada, jada und so weiter. Dementsprechend... Oh, bist du schon so ein Belagerungstyp, ne? Von denen können auch die Bomben droppen, oder nicht? Ja, dann erstmal galopper, galopper in die Phrase für den Kollegen. Mit seinem illustren Seuchenwagen hier. Wie sich die Dinger auch entwickelt haben, oder? Von wegen Seuchenwagen, Seuchenkatapult und so weiter und so fort. Wenn wir dann gesehen haben, was wir in der Schlacht um Unterstadt so alles hatten, dazu eine Art Zeridmaschine, also Holla, was auch so die Belagerungstechnik wirklich an Fortschritt hingelegt hat in den letzten Add-ons, in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das ist schon nicht von schlechten Untoten. So, euch kann ich doch auch stunnen, oder? Nein, ich kann Untote nicht Kopfnussen. Das ist ja höchst interessant, das wusste ich gar nicht. Ja, man lernt nie aus, liebe Leute, ne? Wenn ich das ja auch schon sehe, dieser Schnee. Aber so ein bisschen matschig. Wir haben ja in einem der letzten Parts schon über den guten alten Pappschnee zu Weihnachten philosophiert. Aber das hier ist so richtig Weihnachtsmarktwetter, oder? Ja, so ein bisschen ranziger Schnee. Seht ihr diese kleinen Verdunkelungen? Das sind die ganzen Katzen und Hunde, die räudigen Streuner der Stadt, die das Ganze noch schneller wegtauen und, äh, weiß ich nicht, zerstörerischer darlegen lassen, ja? Wenn du denkst, so, oh, es schneit, ich geh mal raus. Und dann hat's schon aufgehört zu schneien, bis du angezogen bist. Dann ist da so eine Wiese mit ganz leichtem Schneefall. Und zack, überall kleine Pfotenabdrücke und Kinder, die drin rumtollen. Und zack, zack, ist der Schnee schon wieder weg, ne? Verwischt, verschmolzen, was auch immer. Verschmolzen mit dem Kind zu Schneekind, dem Zerstörer, ja? Solche Geschichten, man kennt sie natürlich. Und, äh, ja, das ist immer schade, ne? Ich denk da sofort an den Weihnachtsmarkt. So, es schneit, es ist toll, dann gehst du auf den Weihnachtsmarkt. Alle hatten dieselbe Idee, weil toll, es schneit. Ja, und dann sieht's im Endeffekt auf dem Weihnachtsmarktboden so halt aus. Ne? Hier aber so ein bisschen Schnee und zack, weg ist er. Ach, das ist schon schade. Aber bald ist Weihnachtsmarkt, Freunde. Endlich wieder 17 Euro für Glühwein und ne BOWU bezahlen. Oder, das ist ja Lifestyle. Kann ich den trotzdem mit ablenken? Ablenken. So, mit ablenken, abgelenkt, Freunde. Ihr gewusst wie? Guck mal, um die Hälfte der Bomben haben wir auch schon. Jetzt sind wir auch ne Bombe, Boys. Ne Damagebombe. Großartig. Wen haben wir denn so dabei hier? Hello Kitties, alles klar. Mad Army. Mad Army, hallo. Erstmal Gildenkrieg hier anzetteln. Hades und Like a Bard. Sehr schöne Sache, Freunde. Ich hoffe, ihr kriegt alle die Mounts, die ihr verdient mit euren lustigen, lila leuchtenden Schweinestechern auf dem Rücken. Der Reiter, Freunde. Was soll ich euch erzählen zum Reiter? Checkt die Lore-Playlist. Video Easter, Alter. Ich mache eigentlich nur kopflose Reiter, um Werbung für andere Projekte zu machen. Das ist nämlich der Lifestyle, Freunde. Das ist dieses Full-Sell-Out-Gehen, von dem die Leute immer reden. Ist er jetzt schon wieder Buggy? Das hatten wir doch letztes Mal. Ey, das habe ich original, nur wenn ich mit Schuhgurker hier reingehe. Wirklich. Jetzt verliert er erst den Kopf. Der war jetzt so schnell downgebürstet, dass er trotzdem erstmal so Teile seines Movesets zumindest durchböllern musste. Oder seines Fähigkeits-Sets. Ein Moveset kann man das hier, glaube ich, nicht so nennen. Sind ja nicht bei Dark Souls oder Bloodborne oder Darksiders oder whatever. Dementsprechend müssen wir, glaube ich, einfach warten, bis er 1, 2 Fähigkeiten und 1, 2 Sätze auch durch hat. Sonst wären wir bei dem Krieger-DPS hier. Den vermute ich bin 3 Sekunden zerlöten. Mein Sohn, was hast du denn für ein banges Gesicht? Ja, Erfolgspunkte geht so. Aber GS, 438, ja gut, als Horrorkrieger, da kann man natürlich mal so ein bisschen eskalieren hier, ne? Alter! Und den Schnitt des Todes mit dabei. Musste mich gleich mal vor Stuhl in einer Nase kratzen, vor Schreck. Crazy. Crazy. Also GS war real in dieser Gruppe. Insofern danke ich euch, liebe Leute. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Oder nie. Oder? Immer so die Option, wenn man eine Gruppe verlässt, ne? Bis bald oder bis nie. Es sei denn, man macht morgens so um ein Uhr Insee-Expedition. Dann gibt es genau zwei andere Leute, die das auch tun. Und die sieht man dann immer und immer und immer wieder. Großartig. So, wenn ich die jetzt hier eigentlich alle zusammen pulle, komm, du kommst mal her, du kommst mal her und du kommst auch noch her. Guck mal, können wir hier so ein bisschen Dolchfächer und bam, ganz ungewohnt ohne Arzerie-Trade, ne? Es gibt einen sehr, sehr schönen Arzerie-Trade, dann auf Stufe 120, wo Dolchfächer, irgendwie bemessen an den ersten Kritz oder so, an verschiedenen Mobs, die getroffen werden, nochmal extra kleinere Dolchfächer aus. Oh nein, er kickt mich darüber zu dem anderen. Oh, werden wir diesen Massenpul breuen? Sehen die das und vieles weiteres in der nächsten Folge von Dragon Ball, um Gottes Willen. Naja, doch, das geht. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das können wir schaffen. Denn drin ist schon abgelaufen, der ist auch abgelaufen, hier einwandfrei. Ablaufdatum beachten, Freunde, und weg damit. Zack, zack, zack. Und das ist immer ganz angenehm im AOE, weil ich mag zum einen dieses Dolchfächer-Geräusch. Und, ja, das ist so nach dem Motto, hier kommt die Sonne, hier kommt der Schaden. Zum anderen hörst du das dann quasi in multiple Abfolge kurz hintereinander geschalten. Immer so blam, 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 blam. Genau so, weil dann noch ganz viele kleine Dolchfächer und auch wieder AOE-Bahn wie so bei diesen Giftbomben-Procs beim Survival-Hunter. Da hast du ja ein Skill, ich glaube, es ist sogar das Endtalent, wo du deine Lauffeuerbombe, also das AOE-Ding, was du schmeißt, und dann kriegen alle in die Phrase, wo du das verstärkst mit verschiedenen Pheromonen und Gift-Sortschen. So, und da gibt es eine von drei Verstärkungen, die eben random auftreten, wo du eben, wenn du das Ding wirfst, nochmal eine Bonus-Explosion zur grundsätzlichen Initial-Explosion auslöst. Immer dann, wenn ein Ziel mit Schlangengift bereits benetzt wurde, sagen wir es mal so. So, und dann schaltest du quasi rum im AOE, hast jetzt fünf Ziele, haust auf alle Schlangengifte drauf, ziehst dann diese Bombe, die macht ihren grundsätzlichen Bomben-Schaden, die setzt ihren grundsätzlichen Bomben-Dot auf alle Ziele, und da alle mit Schlangengift benetzt sind, ich finde das Wort so schön, schön benetzt, explodiert das nochmal. Das habe ich in Timewalk ein bisschen ausprobiert, und ich sag mal so, ist balanced as fuck. Ja, ist genau so vom Schaden her, wie ihr euch das vielleicht gerade vorgestellt habt. Wenn ihr es euch nicht vorgestellt habt oder nicht mitkommt bei der Erklärung, bumm, bumm. Ja, that's it. Freunde, Todeswache Molder, man sollte doch meinen, dass sie, was, dass sie mich ihre Seuchenverbreiter benutzen lassen würden. Ehrlich, oder? Damit ich sie vielleicht mit irgendwas Gefährlichem beladen und die Ballisten zerstören könnte. Aber nein, nein, sie meinen, dass sie nur für Spezialmissionen gedacht seien. Was auch immer. Ja, die Todeswache reibt sich vor Vorfreude die Hände. Ausgezeichnet. Ihr Verflust ist mein, äh, unser Gewinn. Ihr hattet doch auf dem Weg hierher keine Probleme mit den Dingern, oder? Einige von denen sehen ziemlich instabil aus. Ich mag vielleicht untot sein, doch meine Existenz schätze ich allemal. Oh, das ist auch ein schöner Satz, oder? Ich mag vielleicht untot sein, doch meine Existenz schätze ich allemal. Das ist schön. Bombardiert die Ballisten. Zu guter Letzt bietet sich uns die Chance, ihre Belagerungsmaschinen anzugreifen. Vermasse das nicht. War nur Spaß. Nur ein klein wenig. Schurken nehmt Neuherdweilers Ballisten mit diesen Bomben unter Beschuss. Wir werden die königliche Ampothekenvereinigung, wir werden der königlichen Ampothekervereinigung zeigen, wie es auf die altmodische Art und Weise gemacht wird. Ohne Gebräue. Ja, ohne Seuchen, ne? Mit instabilen Seuchenbomben von Seuchenbelagerungsschmieden. So nach dem Motto. Großartig. Und endlich haben wir auch wieder neue Zusatzquests und endlich dürfen wir auch wieder nach Neuherdweiler. Lang ist es her, oder? Was für ein Questdesign. Spürt bitte den Schmerz mit mir gemeinsam, liebe Leute. Während ich hier bei der lieblichen Lydia Pilze nicht kaufe, sondern Sachen verkaufe. Die hat sogar Pilze aus Sporregar. Weißt du, in den Zangermarsch? Ja, bei Mrs. International in Sachen Pilzhandel. Wahnsinn. Und ja, da hatten wir lustigerweise ja immer die Geschichte mit dem Hunter. Ne? Damals wurde K. Immer wieder rein. Immer wieder raus. Tausende Mobs. Und der Spawn. Bevor wir die Quest jetzt annehmen, machen wir erstmal unsere Seuchenkatapult-Quest. Damit auch unser guter Molder richtig mad wird, wenn wir hier jetzt mit den Maschinen losheizen. Wir haben auch kein Speed-Up. Das ist eine sehr gute Sache. Und das ist besagte Quest, die ich auch schon angeschnitten habe, wo der Weg mehr oder weniger das Ziel ist. Ja, das ist so ein klassisches Katapult. Das bedeutet, man hat hier so diese Widderschatten. Ja, man kennt sie noch untereinander. Man hat auch diesen sogenannten Widderschattenruf. Das ist einfach großartig. Alles ist ein bisschen entschleunigter. Ihr seht das schon. Wir haben keine Speed-Fähigkeit, um schneller ans Ziel zu kommen. Ja, das ist schon großartig. Das ist so eine Quest, an die man sich einfach gern zurückerinnert. Ohne rosa-rote Brille und so. Das sind natürlich alles Fakten, die auch individuell, subjektiv nicht verzwert oder anders ausgelegt werden dürfen. Ansonsten ist man nur ein verdammter Kack-Noob und hat keine Ahnung. Ja, das möchte ich gerne an diesem Katapult nochmal festmachen. So, guck mal hier. Schön die Seuche, Junge. Bäm! Und wir haben einen von 30. Aber wir lassen auch diese Wolken... Ah ja, das ist super. Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt mit so einer Ladeanimation hier jetzt nicht so lange warten müssen jedes Mal. Aber wenn die in die Seuche laufen, und das tun sie ja, dann geht das wieder. Oh nein, was mache ich mit dem jetzt? Oh nee! Um Gottes willen, ich weiß nicht, ob das clever war, was ich gerade getan habe. Hoffen wir mal, dass die Ghule nicht so viel Leben haben, beziehungsweise so viel Schaden machen. Und das war die hier... Ja, also manch einer würde jetzt sagen, das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Also, es sieht ganz so aus, als wäre das Problem dieser Quest nach wie vor folgendes. Und da sind wir wieder. Nicht das Katapult bekommt den Schaden, sondern wir werden angegriffen von den Viechern. Höchst interessant. Wait, wir können die auch so platt machen und das zählt? Äh, wie sterben die? Sind hier Bogenschützende, die angreifen? Oder, hä, hä? Wie sind die gerade so... Ja, okay, ähm... Höchst interessant. Höchst interessant. Wir holen uns dann mal ein neues Katapult, Freunde. Ne, also das... Äh, jetzt weiß ich, warum diese Quest in meiner Erinnerung geblieben ist, ne? Denn man darf ja jetzt natürlich auch zurückgehen und da das Katapult geh holen und wieder herfahren. Ja, großartig. Und dann musste man oben schön auf dem Hügel stehen bleiben. Darauf vertrauen, dass die Ghule in deine Sotsche rennen. Und wenn du dich auch nur einen Meter falsch bewegt hast, dann war hier Feierabend, ne? Großartig. Wir nehmen jetzt das Katapult ganz vorne hier. Sparen wir Zeit beim Ausparken. Siehst du? Gleich links und ab dafür. Bisschen Fahrschule hier mit Katapulten, ne? Was ist das denn eigentlich? Ein Trike, oder? Waren Trikes diese Dinger mit drei Rädern? Aber eigentlich ist das Rad dann auch vorne, oder? Weiß ich gar nicht. Hatten wir mal im Urlaub. Und zwar waren wir an irgendeinem Ferienhäuschen an so einem Seefreizeitpark. Und da war abends auch immer eine junge Dame, lustigerweise. Äh, Frauen, die Trike fahren. Oh, egal, Lull. 2019, Frauen im Internet. Was? Ja. Crazy stuff, Freunde. Crazy stuff. Und die hat so ein riesiges, also ein richtig großes Trike gefahren. Also wie unser Katapult nur andersrum. Und hinten waren eben auch ein paar Sitzreihen. Und da konnten die Kinder dann mit eben eine Runde fahren. Also wurden gefahren. Ja, ihr kann ja Kind eine Runde mit einem Trike fahren, Alter. Gönn dir mies, gönn dir mies. Guck mal, da unten ist Gas weg. Ist ja, ja, aber auf die Autobahn. Läuft beim kleinen Pascal. Und das war tatsächlich nicht so. Aber das haben wir auch immer mal gemacht, ne? Das war auch ein Moderatorpreis. Also, Überraschung, ja. Es war jetzt nicht immens teuer, irgendwie zwei Minuten mit einem Trike irgendwie um den See zu gorken. Oder so. Wer hätte es gedacht? Holy Shit, sieht heute vielleicht auch wieder alles ganz anders aus. Aber, ja, und darum kam ich gerade drauf. Und das ist meine Trike-Erfahrung, Boys. Alle jetzt so, das ist schon krass. Oder fast so hardcore wie Sons of Anarchy Staffelfinale. Von daher habt ihr völlig recht mit diesen Aussagen. Und wir holen uns jetzt die letzten Untoten da vorne. Jawohl, weg mit dem. Bäm. Sehr gut. Sehr gut. Und wir hätten bedenkenlos auch zuerst die Katapult-Quest machen können. Denn wir können auch aussteigen. Das Katapult bleibt einfach stehen. Die spawnt dann. Wir können es auch nicht nochmal benutzen. Und dann hätten wir jetzt auch gleich die Seuchenbomben mit einsammeln können, Freunde. Aber wer sind wir denn, sowas voraus zu planen, oder? Ich glaube, ich bin auch in der Drachenöde bisher häufiger gestorben als in jedem anderen Gebiet, oder? Egal ob Fallschaden oder, weiß ich nicht, irgendein Event gelöht oder sonst was. Ich glaube, die Drachenöde ist wirklich bisher am allerallertödlichsten. Und das ist natürlich nicht meine Schuld, das ist Fehler, äh, der Grafik-Engine. So sieht's nämlich aus. Oberster Seuchenfürst. Heimer. Um Gottes Willen. Okay. Verbreite die guten Neuigkeiten. So sehr es mich verärgert, dass wir der Allianz womöglich geholfen haben, erkläre ich hiermit den Feldversuch für erfolgreich. Nächster Halt. Agmas Hammer. Die Seuche der Verlassenen. Ich habe ein Paket vorbereitet, das an Dr. Sinter Malephius in Agmas Hammer geschickt werden muss. Der Inhalt des Pakets besteht aus der fertigen Pesthau-Probe zusammen mit der Herstellungsanleitung und Proben des Aktivierungsagents. Ihr findet Agmas Hammer im Westen der Drachenöde. Weißt der, dass wir da herkommen? Weißt der, das haltet einfach nach den schwarzen gezackten Metallgebäuden der Orks Ausschau. Das wird dann Agmas Hammer sein. Hätte man auch links anfangen können, wir sind doch damals zuerst nach Agmas Hammer und dann hierher geschickt worden, oder nicht? Auch mit den Seuchenerregern. Wir hatten da ja auch schon Probleme mit den diversesten Mobs und Co. Ein Mittel zum Zweck. Mit der letzten Lieferung habe ich von meiner Schwester am Bollwerk ein paar Fässer mit Termiten geschickt bekommen. Sie werden bei dem, was ich mit euch vorhabe, nützlich sein, denke ich. Die Abholzarbeiten bei Neuherdweiler sind uns ein Dorn im Auge. Doch bisweilen haben wir es noch nicht geschafft, jemanden Zugang zu verschaffen, um ihren Vorarbeiter auszuschalten. Ich denke jedoch, dass er mit Sicherheit angerannt käme, wenn ihr diese Termiten auf seine kostbaren Holzarbeiten loslassen würdet. Wie evil. Bereit, ihn auszuschalten. Wie evil. Dann zerstören wir seine Arbeit und dann zerstören wir ihn. Und wer bist du? Bist du ein Seuchenkätzchen? Wow, Sticheli. Vielleicht war das auch mal irgendwie hier, wie unser Schleemiel oder wie er hieß. Wie hieß der gute Mann? Wie hieß er? Schleemiel. Ja, vielleicht war das auch mal einer. Mit Messern oder so. Deswegen ist es Sticheli. Kleine Stichelei, ne? Kleine Stichelei. Und ganz oben hat unsere Benchy-Kollegin auch nochmal was für uns. Wahnsinn, wie das hier interagiert. Das muss ich wissen. Ich muss wissen, was in Neuherdweiler los ist. Ja, da kann ich ihr einiges erzählen. Begebt euch nach Süden. Die Pläne sollten sich in der Abtei, der Kaserne und auf dem Strand befinden. Sucht und findet sie. Und nur für den Fall, dass ihr euch nicht auskennen solltet. Die Kaserne ist das große Gebäude, gleich neben der Schmiede. Die sprechen sich hier untereinander irgendwie nicht ab, ne? Wir sollen die Tagesübersicht hier stehlen, damit wir wissen, was so los ist. Ja, wie die sich beschäftigen. Was sie zeitlich, wann wie wo tun. Und hättet ihr uns das nicht vorher? Irgendwie könnt ihr mal untereinander kommunizieren. Liebe Questgeber. Könnt ihr mal untereinander so ein bisschen kommunizieren. Das wäre super. Dann muss ich nämlich nicht tausendmal immer wieder... Da unten wieder drei Quests, oder? Wahnsinn. Und Agma's Hammer dürfen wir auch so. Freunde, die Drachenöde. Wir sehen uns in den nächsten Parts auf jeden Fall wieder. An verschiedenstem Ort und an verschiedenster Stelle. Aber ich sag's mal so. Vermutlich werden wir Ort und Stelle wiedererkennen. Geil. Bis dahin. Macht es gut. Ciao.